Die Kirche muss sich die Aufmerksamkeit der Leute wieder neu verdienen, speziell der jungen Leute. Wenn es Leute gibt, die sagen, ich war ewig nicht in der Kirche und ich staune darüber, was so eine Kirche sein kann und ich staune über die Kraft, die so eine Kirche und speziell so ein Kölner Dom hochzieht und einfach sagt, das hatte ich so nicht auf dem Radar, das ist wieder neu so bei mir auf dem Fokus, dann ist das sehr viel und für uns alles ein großes Lob. Ich fände es auf jeden Fall auch noch cooler, wenn so etwas bei einem Gottesdienst passieren würde. Das würde mich auf jeden Fall total ansprechen und da würde ich auch noch öfter und noch lieber zur Kirche gehen. Meiner Meinung nach ist es halt, ich glaube, normal besser. Also ich gehe oft in die Kirche, also ich versuche jeden Sonntag in die Kirche zu gehen und ich mag es auch, weil ich finde, dass Gott mir, wenn ich dahin gehe, Kraft gibt und das ist halt was Neues und ich glaube, für einige Jugendliche halt schön, es anzusehen und ich finde den Duft jetzt besser als Weihrau und ja, also ich finde, es ist halt auf jeden Fall was anderes und dass man es auch mal machen kann. Das Ganze ist, glaube ich, dazu angetan, auch etwas innerlich freizusetzen und jungen Menschen zu helfen, auch ein Stück zu sich selbst zu finden, zur Ruhe zu kommen und ich würde mir schon erhoffen, dass dort, wo einer zu sich selbst kommt, auch die Möglichkeit gegeben ist, einen Weg zu Gott zu finden, also aus der Stille heraus.